Hey Leute, willkommen zurück zu Leisure Suit Larry. Feuchte Träume werden niemals trocken, Diana. Niemals. Niemals. Der ein oder andere wird sich denken, hey Rapid, hast du das Spiel doch schon komplett von Anfang bis Ende auf diesem Kanal durchgespielt? Richtig, das heißt jetzt für dich da draußen, wenn du das Video hier zum ersten Mal siehst, zum ersten Mal diesen Larry-Teil. Jetzt rechts oben, neben mir hier, kommt ein I. Da drückst du drauf, da ist die Playlist von allen Folgen von mir und Diana, wie wir es durchgespielt haben. Denn heute geht es darum, ich weiß nicht, ob die Entwickler oder die Fans nicht zufrieden waren mit dem Ende. Denn es gibt jetzt, wie ihr hier in der Mitte sehen könnt, ein Epilog. Wir spielen ein bisschen Story und haben dadurch dann ein anderes Ende. Ist zum Glück ein eigener Menüpunkt, also wir brauchen es jetzt nicht nochmal durchspielen. Und das müssen wir uns auf jeden Fall ansehen, bevor wir das andere Larry weiterspielen, Diana. Oh ja, ich bin echt gespannt, was sie da rausgewurschtelt haben. Ich hab auch keine Ahnung, ich hab nur ein paar Bilder gesehen und dass es halt was Neues gibt. Ich dachte mir, okay, scheiß drauf Leute, das müssen wir zocken, wenn wir schon komplett durchgespielt haben, müssen wir auch das spielen. Und danach spielen wir auch das normale Larry wieder weiter und Catherine und so weiter. Ja, Diana, bist du bereit? Mach die Kamera wieder aus. Ja. Okay, dieser Spielinhalt enthält massive Spoiler. Ja, wir haben das Spiel, wie gesagt, komplett durchgespielt. Letzte Warnung, guckt euch zuerst das letzte Play an. Los geht's. Bin gespannt. Kurz vorher. Kurz vorher. Freunde? Freunde? Da sind wir. Du hast die Firma halb in den Ruin getrieben und meinst, wir sollen noch Freunde sein? Also, wir haben ja einiges zusammen durchgemacht, nicht wahr? Vergiss nie, woher du kommst. Vergiss nie, wer dich groß gemacht hat. Niemals. Leute, das ist by the way das Ende, ne? Wird es solche Handys nicht mehr lange geben? Die Zukunft gehört modernen Geräten, die viel mehr sind als nur Telefone. Und wir glauben, wir sind auf dem richtigen Weg. Ich klack's mal. Nun, also jedenfalls, ich bin der Meinung, dass wir jetzt schon weiter nach vorne blicken müssen. Dabei dürfen wir uns nicht von kurzfristigem Profit leiten lassen. Es geht darum, den Menschen im Alltag zu helfen. Die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Als CEO von Prune möchte ich dieses Projekt vorantreiben. Eine neuartige, tragbare Hardware, die auch eine revolutionäre künstliche Intelligenz besitzt, an der ich gerade arbeite. Hm. Ich nenne sie Pi. Und das Gerät, mit dem sie kommt, Pi-Fo. Wenn wir alles richtig machen, wird dieses Gerät ein unerlässliches Hilfsmittel im Alltag jedes Menschen sein. Und die Welt verändern. Oh mein Gott. Und nicht nur das. Wie Sie an der Finanzprojektion sehen können, wird dieses Gerät uns an die Weltspitze aller Hard- und Softwarefirmen katapultieren. For einem Hard. Für Sie als Investoren ist das eine einmalige Chance. Das halte ich für äußerst optimistisch gerechnet. Was für eine verrückte Idee. In so ein Spielzeug sollen wir investieren? Hm. Die kommenden klugen Handys, sozusagen Smartphones, werden alles verändern. Ja. Die Leute gucken nur mehr auf das Scheißding beim Rumlaufen und rennen gegen jeden Laternenpfosten. Ihr habt es geschafft. Klassische Handys wird es nicht mehr lange geben. Richtig. Technische Revolution steht bevor. Das ist alles das Gleiche. Ja, nimm's erst. Jawohl. Die kommenden klugen Handys, sozusagen Smartphones, werden alles verändern. Das Ding sieht nicht gerade klug aus. Ja, auch nicht. Das Geschäft läuft doch gut. Warum nicht einfach weitermachen wie bisher? Hm. Stillstand ist tot. Ist aber echt so, ne? Neue Zielgruppe, blaue Ozerne, aber Stillstand ist halt echt tot. Stillstand ist tot. Könnt ihr euch fürs Leben merken. Zu schnell vorbrechen auf. Auch, ja. Ein Touchscreen? Aber Tasten sind doch viel praktischer. Hm. Unglaublich flexibel. Das ist wie ein Kino für die Hosentasche. Sie werden Tasten bald nicht mehr benötigen. Kino für die Hosentasche. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das ist wie ein Kino für die Hosentasche. Oh nee. Da sieht man doch nur Fingerabdacke drauf. Das stimmt aber auch. Wie auch immer. Das ist mir zu gefährlich als Geldanlage. Dieses Smartphone ist schon weit hergeholt. Über diese künstliche Intelligenz will ich gar nicht reden. Das war noch Zeit. Aber der Paradigmenwechsel. Leute, Google das Wort. Das 21. Jahrhundert. Das ändert aber alles. Hm. Nummer eins. Nummer eins. Das Google-Wort? Okay. Aber Paradigmenwechsel. Abgesehen davon, es ist wirklich ein Problem Ihrer Firma, dass unbedingt eine Frau an der Spitze stehen muss. Bittelfinger zeigen. Es waren noch andere Zeiten damals. Könnten Sie uns vielleicht noch einen Kaffee bringen? Oh. Oh. Immerhin machen Sie was her in dem Kleid. Würde Ihnen auch als Sekretärin gut stehen. Versuchen Sie es doch in einer anderen Branche. Küchenausstattung ist ja auch Hightech. Oh. Pi wird sich alle töten. Nein. Da sollten wir wirklich lieber in anderen Bereichen investieren. Irgendwas mit Waffen vielleicht. Funktioniert auch. Noch immer. Hm. Sie wird Pi drauf, äh, sie wird Pi drauf programmieren, dass sie sie alle töten. Nur Männer. Später als eben. Nicht später als die Szene davor, aber ne? Ja. Aber später jedenfalls. Später jedenfalls. Und ich muss einfach nur so tun, als würde ich verstehen, wovon ich da rede. Ah. Ich dachte, Ihr Schauspieler können Texte auswendig lernen. Es ist von höchster Wichtigkeit, dass es so wirkt, als hättest du die Ideen gehabt. Meine Frage, schlecht die nicht. Das ist meine Spezialität. Du musst auf der Bühne überzeugend wirken, die Technologie verkaufen können. Auch wenn es nicht deine ist. Hast du nicht gesagt, du bist noch nicht so weit mit dieser virtuellen Helferin? Du meinst Pi? Ach. Die ist weit genug. Ich muss die Entwicklung finanziert bekommen, damit ich den Algorithmus selbstlernend machen kann. Das wird alles verändern, wenn es fertig ist. Bitte nicht. Wir können hier wirklich etwas verbessern, den Menschen helfen, die Welt zu einem gerechteren Ort. Und wenn die Präsentation gut verläuft, habe ich den Job? Wenn die Präsentation gut läuft, Bill, kannst du alles haben. Du bist dann offiziell der CEO von Prune Incorporated. Dir wird die ganze Stadt gehören. Alle werden dir zu Füßen liegen. Und wir machen ein Vermögen. Ja, aber darum geht es mir gar nicht. Wir können jedem Menschen auf dem Planeten das Wissen der Welt liefern. Vegane Latte mit Tofustrudel und Mangostanextrakt für BJ. Bill Jobs. Ich dachte, das wäre offensichtlich. BJ. Hört sich gar nicht so schlecht an. Vielleicht solltest du dich immer so nennen, Bill. Arro Bugs Coffee. Ich muss los. Wir sehen uns dann morgen zur Präsentation. Ja, ich freue mich auf die Zusammenarbeit. Ja, dachte sie, dachte sie. Und denk an den Anzug. Ach, und mach irgendwas mit deinen Haaren. Dachte sie, das ist eine gute Idee. Und dann sah der Hauptsitz plötzlich aus wie ein großer Film. Als neuer CEO von Prune möchte ich dieses Projekt vorantreiben. Eine neuartige Tragwarte. Genau das gleiche. Die auch eine revolutionäre künstliche Intelligenz besitzt. Ich nenne sie P. Und das Gerät, mit dem sie kommt, P-Phone. P-Phone. Verflucht, BJ. Das werde ich jetzt nie wieder aus den Köpfen der Leute bekommen. Und wie man an der Finanzprojektion sehen kann, wird dieses Gerät uns an die Weltspitze aller Hard- und Softwarefirmen katapultieren. Für Sie als Investoren ist das eine einmalige Chance. Äh, BJ war das, ja? Nun, ich kann sehen, dass Sie ein Mann von Format sind. Und das ist schon eine interessante Idee. Dieses P-Phone. Aber überzeugt bin ich nicht. Die kommenden klugen Handys, sozusagen Smartphones, werden alles verändern. Hm. Je länger ich darüber nachdenke, desto besser klappt das. Gleicher Vortrag, gleiche Männer, aber es hat ein Mann vorgedacht. Das läuft doch gut. Sie können die Teichengürtel ausziehen und sie miteinander wirken. Im Stillstand ist der Tod. Das ist wirklich gut gesagt. Wenn sie ein Seitentuch dabei hätte, würde es nicht was Spuren hinterlassen. Aber Tasten sind doch viel praktischer. Das ist wie ein Kino für die Hosentasche. So habe ich das noch gar nicht gesehen. Also, BJ, ich muss sagen, so eine fachlich beeindruckende Vision der Zukunft habe ich noch nicht gesehen. Und Sie machen wirklich was her in Ihrem Anzug. Man merkt, wie viel Fachwissen Sie haben. Ich glaube, unser Geld ist bei Ihnen in exzellenten Händen. Ich kann es nicht glauben. Es hat funktioniert. Tja, leider. Ich will sie nicht an den Stühlen packen und umwerfen. Wie konntest du das alles nur so versauen, BJ? Du hattest alles, was du dir jemals hättest erträumen können. Aber immer wieder bist du durchgedreht. Hast dich sinnlos in der Stadt betrunken. Gerade so konnten wir verhindern, dass es an die große Glocke gehängt wurde. In welchen Spelunken man dich finden konnte. Dann hast du sogar einen geheimen Prototypen in dieser Kneipe verloren. Ach, und was ist mit dir? Hast du vielleicht alles so hinbekommen, wie du geplant hast? Jedes deiner Versprechen gehalten? Deine neue revolutionäre KI, die das Leben aller Menschen verbessern sollte? Pi, die selbstlernende Pi 2. Alles nur Betrug. Die KI-Version, die wir veröffentlicht haben, waren doch nur Datenkraken, mit denen wir uns eine goldene Nase verdient haben. Sonst nichts. Ich wäre schon viel weiter, wenn du nicht quergeschossen hättest. Was ist aus dir geworden? Du warst mal eine talentierte, junge Visionärin. Du wolltest damals das Leben aller Menschen verbessern. Ich habe alles dafür getan. Alles versucht. Aber niemand hat auf mich gehört. Niemand hat mir eine Chance gegeben. Niemand! Verflucht, wir haben einen Eindringling. Wer zum Teufel ist das jetzt? Ich muss mich darum kümmern. Larry. Muss ich jetzt rumlaufen? Einen Wegsperren von Larry später. Übersprungen. Ich kann nicht glauben, dass Larry hier aufgetaucht ist. Aber jetzt kann er nichts mehr anfangen. Du kennst Larry schlecht. Bin ich vielleicht etwas zu streng mit Ihnen? Nein. Sie bekommen, was sie verdienen. Ich habe zu lange auf mir rumtrampeln lassen. Der Vorstand weiß genau, dass ich die Einzige bin, die diesen Schlamassel aufräumen und die Firma retten kann. Der Laden gehört mir sowieso. Es wird Zeit, dass ich offiziell ins Rampenlicht trete. Vielleicht war doch gar nicht so schlecht, was Larry angezettelt hat. Hm. Ich muss mit dem Vorstand telefonieren. Verflucht, kein Empfang. Vielleicht da oben. Hm. Hm. Ich glaube nicht unbedingt, dass es mittlerweile besser ist. Nein. Genau, das. Hier, dieser Punkt ist ja das Ende vom Spiel eigentlich. Ah, der Vorstandsvorsitzende. Perfekt. Ich wollte gerade anrufen. Ja, den Aktienkurs habe ich gesehen. Mag sein, dass diese Anwältin gegen BJ was in der Hand hat. Aber der ist sowieso raus. Aber noch habe ich die Mehrheitsanteile an Prune und ich... Naja. Was für ein Investor? Nein, auf keinen Fall. Und das ist immer noch meine Entscheidung und nicht die eines Investors. Egal wie viele Anteile der kauft. Das stimmt nicht. Ich habe gesagt, dass ich die neue KI noch nicht fertig programmiert habe. Im jetzigen Zustand ist sie nicht ausgereift. Wenn wir sie in ein Produkt einbauen, könnte das... Tja. Hm. Nein, niemals. Nur ich habe Zugriff auf den Code. Und das werde ich nicht ändern. In den falschen Händen ist die KI gefährlich. Ich muss erst weiter daran arbeiten. Ich reagiere nicht gut auf Drohungen. Hm. Unglaublich. Wenn ich offiziell CEO bin, werde ich erstmal den ganzen Vorstand austauschen. Den Teufel werde ich tun, bevor ich denen meine KI gebe. Die bleibt auf meinem persönlichen P-Fone. P-Fone? Und nirgendwo sonst. Oh, sie sagt P-Fone. Faith! Ja. Klar, weil du schon bist. Lass uns das ausdiskutieren. Du bist schlimmer als BJ. Der hält echt nicht viel aus, was? Zwing mich nicht, dich hier runterzuwerfen. Das ist doch alles nur ein großes Missverständnis. Wie bist du eigentlich rausgekommen? Mit dem Türöffner. Ich meine aus dem... Moment. Was für ein Türöffner. So ein roter Knopf? Der rote Knopf bei der Tür? Das ist nicht der Türöffner. Ich wusste, dass es eine blöde Idee war, den Knopf direkt neben der Tür anzubringen. Oh ja. Faith! Was hast du getan? Du Idiot hast die Selbstzerstörung aktiviert. Nein! Instagram! Crab! Upsi. Ach, der rote Knopf. Der! Ja, der rote Knopf neben der... Ach, ist doch scheißegal. Faith! Geh nach links. Das war knapp. Larry, trotz allem hast du mein Leben gerettet. Du bist zu schön, um platt gemacht zu werden. Larry, ich glaube, wir sollten... Bumsen. Das war doch auch schon so. Ja. Ah. Mir brummt der Schädel. Was... Was ist passiert? Wo bin ich hier? Wie bin ich hier gelandet? Und... Wer... Bin ich? Mein Name ist... Moment. Es liegt mir auf der Zunge. Verflucht! Okay, ganz ruhig. Ich muss hier doch etwas finden, das mir weiterhilft. Oh! Okay, wir spielen hier? Ich dachte, das war einfach nur so ein neues Ende. Hier ist Wasser drin. Wir sind nicht tot. Wir sind nicht tot, aber wir gehen unten. Hier ist ein Bug. Ich hab drauf gedrückt. Was? Äh... Was hab ich gesagt? Ah, okay, okay. Ein schleimiges Teil. Das ist uns auf den Kopf gefallen. Das ist ja ganz schleimig. Ein P-Phone! Was? Ein leuchtendes Rechteck. Nein! Keine Ahnung, was ich damit anfangen soll. Ist ja da keine Ahnung, was das ist, ne? Was ist das denn nochmal für ein Ding? Oh, das wird schon immer runtergehen. Also, ich bin hier auf dem Boot und weiß nicht mehr, wer ich bin. Name Faithless. So heiße ich? Bestätigt. Gut. Das hilft mir jetzt auch nicht weiter. Lagebeurteilung läuft. Sensoren aktiviert. Bitte warten. Das ist mir hier entschieden zu viel Wasser. Sturm registriert. Gefahrenstufe 1. Nähert sich ihre Position. Es wird empfohlen, den Aufenthaltsort bald zu ändern. Kannst du Hilfe rufen? Ich kann über die Notruffunktion ihren Standort weiterleiten. Dann los. Notruffunktion wird... Akku schwach. Energiesparmodus wird aktiviert. Bitte schnellstens aufladen. Piep! Hey! Verdammt, wo soll ich hier Strom auftreiben? Der Nachteil an diesem Handy ist scheißdreck, ne? Hm. Da steht nicht Bug, da steht übrigens Bug. Mein Gott. Ja. Ja, ja. Wir sind vollkommen jütergeschädigt. Also sie ist ja Angelschnur. Hoffentlich verheddere ich die nicht. Was ist mir noch? Eine Leuchtpistole? Zur Not könnte ich damit auch auf Piraten schließen. Welche Piraten? Würmer. Igitt, der zappelt. Iiii. Nochmal. Igitt, der zappelt. Und ein Rettungsring. Der Rettungsring ist festgebunden. Okay. Und da ist dieses wunderschöne iPhone-Zeichen. Die Klappe. Fest verschraubt. Fest verschraubt. Ah, gut. Der Außenbordmotor. Wenn der mich nur von hier wegfahren könnte. Hat noch ein Inventar, oder? Ja, hatten wir. Okay, okay. Ja, Burmik. Das ist ja das wie Larry. Oh, wir haben ihn noch. Den Stöpsel, Diana. Der Stöpsel. Oh, Gott. Wir haben den Hintereingang. Ja. Aber was machen wir jetzt? Hier ist die Frage, ne? Jetzt muss ich wieder ans Einhorn denken. Jetzt hast du es rausgeschmissen. Kann man dem Wassereck wie rumtasten? Ach so, das wolltest du machen. Okay, Moment. Das Wasser ist zu trüb. Ich kann darin nichts ausmachen. No, nichts drin. Die hätte mal rumtatschen sollen. Was haben wir hier noch eigentlich? Was haben wir hier noch eigentlich? Was haben wir hier noch? 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 Das Meer? Das Sturm. Warum ist da ein Handzeichen? Ich fasse Sturm jetzt an. Soll ich den vielleicht mit den Händen wegwählen? Ja, mit den Händen wegwählen. Richtig. Bitte. Ist jetzt hier noch was, oder? Ah, ich darf noch mal hin. Okay. Koffer. Mal schauen, was drin ist. Ach du Scheiße. Ui. Hübsche Unterwäsche. Hoffentlich ist es auch wirklich meine Unterwäsche. Das ist eine Frage. Reise. Man weiß ja nie, ob nicht plötzlich ein U-Boot auftaucht und einen Pass sehen will. Das ist ganz normal, ja. Okay. Die Währung gilt in der Gegend hoffentlich. Okay, sind wir noch drin. Dokumente. Oh, könnte auch helfen. Eine Tasche. Oh. Das ist offenbar eine tragbare Batterie. Besser geht's doch nicht, ne? Strom zum Mitteln. Ja, aber praktisch. Wüsst du, dass ich das ein Ladegerät basteln würde? Das ist ein Powerback. Ach, das ist ein. Weil ich dachte, eine Batterie ist wirklich eine Batterie. Aber ich glaube, wir haben kein Kabel. Ich weiß noch nicht wofür, aber Dokumente sind immer hilfreich. Aber hier ist noch eine Tasche. Ein Kabel? Okay, wir haben das Kabel auf. Irgendwas werde ich damit schon anfangen können. Ja, okay, okay. Aber was ist unter dieser Decke? Mal sehen, was darunter ist. Ich würde es nicht wissen. Ein Eimer? Der hat ein Loch. So brauche ich ihn nicht rumzuschleppen. Okay. Ein Loch ist im Eimer. Oh, Henry. Oh, Henry. Äh. Dann stopf es. Ich wollte gerade mal nicht. Oh, wir haben doch einen Stöpsel. Endlich. Ich lasse ihn besser da, wo er ist. Nein. Nein. Das ist ein Stöpsel. Aber wir können mal das irgendwie kombinieren. Kein Anschluss unter diesem Kabel. Äh. Ohne Stromquelle hilft das nicht. Das Kabel geht nicht mit der Batterie? Ja, das ist eine Batterie und keine Powerbank. Das ist doch das, was ich gemeint habe. Oh, scheiße. Da steht was von einem Urnahmeangebot einer Firma namens Prune. Von irgendwelchen asiatischen Investoren. Scheint um eine Obstfirma zu gehen. Eine Obstfirma, natürlich. Oh, Mann. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Die Frage ist, wie lange hängen wir hier noch, Diana? Ob wir noch eine zweite Folge machen müssen? Keine Ahnung. Kannst du die Schrauben aufheben? Nein. Scham. Äh, wir haben noch andere Dokumente? Da sind Dokumente drin. Sieht wie ein Fach für Akten aus. Okay, bringt aber nichts. Okay. Okay. Jetzt können wir im Heck noch irgendwas anders machen. Hier war es. Oh Gott. Oh, da ist er. Festgeschmissen. Moment mal, Moment mal, Moment mal. Ein rostiges Scharnier. Völlig verrostet. Da rührt sich nichts. Hm. Und wir haben noch was Schleimiges. Ja. Jetzt ist alles geschnitten. Oh, ja. Dann schauen wir mal. Jetzt ist alles geschmiert. Oh, eine erste Hilfe. Ich bin zwar nicht verletzt, aber mal sehen. Ein Panzerpfahl? Warum habe ich den dringenden Wunsch, das einem Typen über den Mund zu kleben? Einem Typen in einem weißen Anzug? Ja, das weiß ich auch nicht, ne? Komm, das ist ein USB-Port. Moment. Nein. Hoffentlich piekst die mich nicht in meiner Tasche. Andererseits, das Kleid hat ja keine Tasche. Die Pflaster, die Pflaster. Die Pflaster kann man immer tragen. Ja. USB-Anschluss. Auf jede Runde. Bin ich ein Roboter? Ja, wir haben noch ein Kabel. Ich habe doch keinen USB-Anschluss. Die Dame ist aber pingelig. Natürlich. Verdammt, das Kabel passt nicht rein. Vielleicht habe ich es falsch herum versucht. Äh, dann versuch's nochmal. Ich versuche, das Kabel anders herum einzustecken. Geht auch nicht. Okay. Faszinierend. Ich bin verwirrt. Zu. Sie kriegt's, glaube ich, einfach nicht hin. Zu. Sie ist wahrscheinlich gar nicht umgedreht. Kann man hier heranziehen? Das Seil ist völlig verklemmt. Das Seil ist verklemmt. Oh Gott. Kann man das auch ölen? Oh Gott. Leute, Leute, Leute. Ich glaube, da sitzt man jetzt noch länger, ne? Ich würde sagen, wir machen auf jeden Fall noch eine Folge, Diana. Und werden fertig rumrätseln. Ja, nein, nein, nichts aber. Wir werden uns fertig rumrätseln, Leute. In der nächsten Folge, ich glaube, es werden nur zwei Folgen jetzt werden, ne? Länger denke ich nicht, dass wir rumeiern werden an dem neuen Ende. Und danach, wie gesagt, geht's mit dem anderen Larry weiter, Diana. Aber erstmal müssen wir hier das neue Ende bezwingen und rumrätseln, ne? Mhm. Wir müssen prunen retten. Richtig. Dianas Kanal in der Videobeschreibung verlinkt. Schaut gern vorbei. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Gerne ein Abo hier lassen, um den Scheiß hier nicht zu verpassen. Abo rein. Und ciao. Tschüssi. Macht's gut. Tschüssi. 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 Vielen Dank.